es ist nicht ich habe ihn vor Ort nicht so gelegt wie gerade die Gefängnis aber auch sehr gut mehr gut wenn er wieder frühzeitig scheißer ist weil dann mach ich mir jetzt einzeln im Moment ich bin noch nicht vor Ort doch bist du schon mal nicht in den Porto aber aber und ein alles klein nun und das nicht machen doch nicht machen okay dann musst du ja nicht machen hab ich mein roman an diese Dinge bräuchte ich hat sie mir dann mal vier jahre wobei drei Diamanten leihen drei Diamanten leihen beziehungsweise älter zwei Rechner auch wieso brauchst du denn drei Diamanten so machen so bei meinen Sachen fast im Arschland also jetzt schweiz diese Scheiße sind wo die Schöße wo bist du denn reingefallen die großen Endeffektoren und dabei runtergefallen von einem Tag hat er nur zwei Herzen aber du hast seine Sachen wollen wir sind nun bei dir in der Nähe auch wenn wir in der Nähe was zu tun nicht als es wenigstens levelmäßig erlohnt Nordrhein war drei ich glaube ich habe sie in den sieben halb dort ob die ich bin mein Schemann sind und jetzt nicht so wirst du denn jetzt fahren ja Moment nur, wir haben nur Inventar so stehen da mach mal weiter ja da hat sich grad ne änderung, richtiges Wort auf ich boh, bei mir Ihnen auch voller, Ihnen auch voller Nase, Bzzzzzz ich hab's nur roten Blitzen sehen, denke ich, scheiße. Ja, ich hab ja nicht Blitzen sehen, weil ich gerade mal mit Farber, der war sogar unter mir und dann hörst du es auf? ja, und dann hörst du es um Bzzzzz so hier Wiedersehen macht Freude, wenn es recht ist, ja? Ja, danke, guck mal, guck mal. Sooo, ein hätte sie denn jetzt schon... ...ein hätte sie denn jetzt schon... ...verförtlich ab. Da habe ich mal eine Hose, ne? Hast du jetzt mal eine Hose eigentlich mit Zauber? Ne. Du bist nicht. Er schätzt sich auch Karin. Wieso wirst du da machen? Du musst mir eigentlich mal was holen. Ja, mach du. Uh, ich weiß ja nicht. Geht nicht. Ne, dann muss ich mir jetzt mal ganz kurz mit so einem Halbweg-Stadtwirt mal antun. Okay, warum dann mal kurz weg? Ich bin der Mann, ne? 6 ist richtig. 7 ist richtig. 7 ist richtig. mit 6 ziel mit st es ist in der schluss ist schluss und ich habe noch meine Eisenrüstung repariert weil da habe ich auf den Brust war es einmal einen Schuss 1 3 und auf die Schuhe schon 2 und Federfalls 2 aus insofern. Toll. Boah, da kann man das schon mal machen. Dann wollte meine Dierrüstung noch nicht massakieren, dann passt das schon. Nö, das hätte ich mal massakieren, ne? Naja, wollte sie noch nicht benutzen. Weil, wäre ja schade, wenn die Dier dann nicht mehr reparieren könnte. So, ich wünsche nur ob das eine... Ja, Mann, Brustkater, glaube ich war das. Ehm, 6.000 Schläge aushält. Ne, woher sollte ich wissen? Ein Thema Verraten? Das hat mir irgendwann gesagt worden oder so. Ich glaube, wir haben es gerade nach... Boah, alter. Ja, plötzlich jedenfalls ein Schuss. Schon mit der Dierstabrik eingestragen. Bist du zufällig in der Nähe deines Bettes? Äh, sagen wir, ich bin auf dem Weg dahin. Weil mir der Regen ein bisschen auf dem Keks ums Mach-Bus auszudrücken. So, ist das ein bisschen laut, oder was? Nö, laut nicht, aber der nervt. Trotz allem, die Spinn hier leicht rauschen und da gut geht. Nö, guck mal ein Bibi-Zombie. Aua. Ja. Ferspinne. Ey, der hat einen Fahnen in der Hand, der Weg sagt. Okay. Der hat einen String-Tanger in der Hand. Geil. So, sein String-Tanger. Okay. Ey, Kleiner, komm mal mit. Ja. Oh, so Putschi, so Putschi, so Putschi, Putschi, Putschi. Guck mal, ich streiche den hinzu. Putschi, 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 Putschi. Putschi, Putschi, Putschi. Oh, jetzt ist er runtergefallen. So, wie schaut's? Bist du mal langsam so weiter, Lavi? Ja, ich muss erst den kleinen Baby-Zombie streichern. Ja, ich glaube, meine Zuschauer wollen mal an und sehen, als Commander, wenn ich im Bett liege und ob ich warte, dass du nicht mal heilen gehst. Ja, dann könnt ihr ja bei mir einschalten. Hm. So. Haben wir's jetzt endlich? Na, also. So. So, okay. So, so, so! Ähm. Ech hat Ech hat Ech hat Ech von Ech hat. ich gehe jetzt gerettet wenn wir wieder und schädeladen als er hat es nur noch von uns was sagst du? NICHT, NICHT, ich gucke nur unten links, ob da steht Ne, außen von euch wird's von uns Mhh... wie wärs wenn er wir dann zum Schreine-Pigmen da so ein Zombie-Pigmen plattmaß oder versehentlich angestupst und schon rennt er wieder Niiiinn! Hab ich nicht für Werkzeug? Ja, aber vielleicht. Ähm, die Diamantssachen bleiben natürlich hier. Ach so, aus welchem Stein wolltest du denn eigentlich die Dings machen? Was hat man denn gesagt? Die Mauer? Aus Steinzügel, ne? Ja, aus normalem Stein, Brandenstein. Weil so betonmäßig aussieht. Aus Purum Stone, aus Clean Stone. Ja, also zumindest sieht's bei mir so aus. Ja, bei mir sieht's auch vermutlich aus. Ich denke, da geht's, da werden unsere Zuschauer halt mit zufrieden sein. Ich glaube es. Nö, ich würde sagen, wenn es fertig ist, sowieso jetzt hier zu sein, das kann ich jetzt nur sagen. Wir werden sehen. Bis dahin haben wir ja noch ein bisschen was zu machen, ne? Also es werden noch so einige Bauformen kommen und... Bisschen Material, ja, bisschen Material und hier noch ein bisschen und so. Ah, ich glaube die Antiseltchen da rumgeladert. What? Äh, aaah. Ne, Stein. Voll. Ah, aber ich hoffe ich, alter. Und da haben wir auch richtig viele Stickies, doch ne? Weck mir mal die Eier. So. So. Ja, ein Getting Upgrade hab ich jetzt natürlich geschafft. Tischen zum Fortschritt. Genau, alter. Hammer. Gott, wieso wird das da nicht gespürt? Ich hab eigentlich nichts weiter gemacht. Außer mir hat ne Eisigbetrachter gebaut. Okay. Okay. Du wirst jetzt die Blicken. Komm schon einmal. Ja, vielleicht mal.